Moin von der schönen Nordsee. Unter dem Motto Großes Kino, große Eröffnung feiern wir von der Firma Heimkino Bau GmbH zusammen mit unseren Freunden von Grobi TV die Eröffnung unserer neuen Geschäftsräume hier an der Wurster Nordseeküste nördlich von Bremerhaven. Falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt und auch gerne Teil dieser Eröffnungsfeier sein möchtet, dann sichert euch jetzt einen der letzten Plätze für die Vorführungen in unserem Demokino. Den Link findet in der Videobeschreibung. Wir freuen uns, falls ihr den Weg auch noch zur Nordsee hoch schafft und wünschen euch gute Fahrt und falls nicht, dann auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bis in Kürze. Euer Holger von der Firma Heimkino Bau GmbH.